Hallo, ich bin Sarah von myComponents, ich arbeite hier im Personalmanagement. Eines unserer Projekte ist der BC Interne Flohmarkt. Kommt mit, ich zeige euch den Markt. Entstanden ist das ganze Projekt Flohmarkt einfach dadurch, dass einer mal ausmisten musste. Sprich, die ganzen alten Fahrradteile, aber vielleicht doch Möbel, Unrad, was man sonst noch so zu Hause hatte, sollte einfach den Besitzer wechseln. Zu diesem Zweck hat uns myComponents jetzt einen ganzen Raum zur Verfügung gestellt. Manchmal geht der Erlös an einen selber, aber die meisten Mitarbeiter spenden das Ganze. Jedes Jahr überlegen wir uns einen guten Zweck. Ihr merkt schon, die Wege sind weit, aber wir sind gleich da. Willkommen im myComponents Flohmarkt. Wie ihr seht, ist der Flohmarkt vollgepackt. Wie schon gesagt, spenden wir jedes Jahr das Geld. Gleich kommt der Holger vorbei und erklärt euch, wohin das Geld dieses Jahr geht. Ein Heuer, ich habe gerade von dir gesprochen. Hallo, Sarah. Es geht heute um unser Projekt Rad macht Schule. Das ist ein Nachwuchsprojekt, welches wir zusammen mit Bike-Components seit zwei, drei Jahren vorantreiben. Und dabei gehen wir an Schulen und fördern das Fahrradfahren. Wir etablieren Rad AGs an Schulen. Und gehen vor allem auch an Schulen, die nicht so ein großes Nachmittagsangebot haben, wo die Kinder auch noch nicht so häufig mit dem Fahrrad in Verbindung gekommen sind. Und da haben wir eine ganz tolle Möglichkeit, den Kindern den Spaß am Fahrradfahren zu vermitteln. Am besten gehen wir jetzt mal einen Kaffee trinken und dann kriegst du auch die Spende. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Grund, warum du heute hier bist. Das sind die Spenden von einem Jahr bis die interne Flohmarkt. Viel Spaß damit. Super, vielen, vielen Dank und lieben Dank an eure Mitarbeiter für das tolle Engagement. Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank.